Das hört sich eher an wie eine UMP und nicht eine Mikro-UZI. Oh my goodness. Also, die G36 ist, meh, Tiefe, die kommt auf meine Liste mit Waffen, die ich direkt ausswitche. Ich geh mal da gucken, die hat eine SKS, glaub ich. Äh, ne, heute kein Ring of Elysium. Der hat aber auch ganz schön viele Hits von mir wiederbekommen. Also jetzt der, der linke davon. Ja, ein bisschen näher ran. Gucken wir mal, was der macht. Wahrscheinlich den Typen da looten noch, ne? Ich weiß nicht, ob der Molli soweit reicht. Gucken wir einfach mal. Oh ja, der ist sogar richtig gut auf die Leiche hier. Oh, ha, Mollo-Kill. Jau. Jau. Erstmal abgebrannt, den Typen. Der hat sich wahrscheinlich hier hingelegt, oder? Lass mich raten. Ja, der lag hier. Hehehe. 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 Der Mollo, ey. Oh, da hinten ist einer. Schade. Den Winkel müsste ich noch ein bisschen kriegen hier, oder? Oh, da ist er schon. Erstmal Deckung holen. Jetzt hab ich ihn nicht mehr gesehen. Ah, da unten an dem Baum ist er okay. Okay. Der geiler Helopter. Das war sogar der Name, den ich vorhin meinte. Den ich irgendwie witzig fand. Da hinten. Ne, ich bin ihm auf dem Fersen. Nicht er mir. Wie es aussieht. Direkt einen Headshot bekommen hier. Machen wir nochmal einen Mollo-Kill. Machen wir nochmal einen Mollo-Kill. Doch nicht. Ich glaube, er brennt. Der heilt sich gerade. Oh, oh. Keine Moni mehr. Das wird er wahrscheinlich gleich naden. Doch nicht. Er rennt einfach sinnlos vor in... Oh, oh. Ohne Deckung. In Third Person. Und denkt, dass er damit durchkommt. Okay. Alles klar. Warum nicht? Dankeschön für deinen Dreierhelm. Ganz vorne ist einer. Yo. Oh. Dankeschön für den Headshot. Den nehme ich mit. So viele Bäume, ey. Da kommt... Kommt mir sogar so ein bisschen vor wie... Wie nennt sich das? Armor oder so. Oh ne, da kann ich nicht lang pushen. Das klappt nicht. Oh, scheiße. Schade, hätte ich ein bisschen mehr warten müssen noch. Und jetzt hat ihn jemand anderes gekillt. Okay. Ich sehe den sogar. Ganz hinten an dem Stein war da noch. Der hinterste. Oh, mein Helm. Okay, wir nehmen mal lieber seinen Helm hier. Ach ne, der war ja hier in dem Stein da vorne, ne? Hier, wo ich jetzt ranlaufe. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Eigentlich ist das jetzt dumm. Aber ich habe noch 30 Sekunden. Ich muss auf jeden Fall in seine Richtung irgendwie. Okay. Der war immer noch da. Ich dachte, der wurde gekillt. Oder das war der Typ... Ach, der hat den anderen gelootet. Okay. Jetzt verstehe ich. Ist ja voll bescheuert. Da hinten läuft der. Ja, ich konnte nicht richtig aimen, weil der Baum hat mich irgendwie beim Zielen blockiert. Das ist wieder so dieses typische PUBG-Gedöns. Was extrem nervig ist, finde ich. Mach die mal raus hier, Bella. Ich werde jetzt langsam wieder warm hier in dem Game. Der ist da irgendwo hier unter. Oh, da ist ein Spieler. Ich habe dich gesehen. Du brauchst nicht so tun, als wenn du nicht da wärst jetzt auf einmal. Habe ich Granaten dabei? Habe ich. Okay. Scheiße, der ist ja schon hier dran. Gibt es ja gar nicht. Hat der eine schöne... Hat der. Okay. Komm. Komm, 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 komm. Pik, pik, pik. Will er nicht. Ein Fahrrad. Ja, als die Miramar-Map das erste Mal angekündigt wurde, haben die da so ein Fahrrad gezeigt. Ich wollte nur gucken, ob da irgendwie ein Ruder-Helm drin ist oder so. Bin zu nah am Baum dran. Ich bleibe jetzt einfach gepiekt. Wobei, der muss auch weiter. Hehehe. Ja, ja, ja. Jetzt wird's kacke, ne? Jetzt zahlt sich das nicht mehr so richtig aus, die ganze Zeit in einem Haus. Ekliger Camper, du. Ich darf nicht zu viel springen jetzt auch. Es kehrt mich sonst gleich. Da oben. Ich hab ihn gesehen. Hab ihn gesehen. Ja, wo ist der Gilly jetzt? Irgendwo hier unten dann. Oh, hinter mir? Ne. Ein Stein da oben? Vielleicht. Ich hab ja noch einen, Nate. Könnte er überlebt haben. Muss nicht sein, dass er da nicht war. Oh, oh. Wo ist der Letzte? Oh, da ist er. Okay. Ah, dann war er da doch. Dann hat er noch mal Glück gehabt. Schade. Ah, gut. Dann lass es mal. Hoch ein hier. Hm. Jetzt hat er jetzt die Frage, ob er noch mehr Nades hat. Was? Ja, der hat. Ja, der hat. Ah. Okay. Ah, nee. Jetzt mockt er nicht hier zu. Ruhe. Der Crazy Man Noob. Yo, GGs. Huh. Oh. Ey. Was für Runde heute. Das ist ein gutes Ding, man. Hat mir gefallen, die Runde. Oh, den Jungle VIP. I reached the top and had to stop and that's what's bothering me. Oh. Bis zum nächsten Mal.